Wie kann ich es einstellen, dass der Cursor zum Beispiel beim Texteditor blinkt oder nicht blinkt und mit welcher Blinkfrequenz? Und dazu klicke ich auf Anwendung, Systemwerkzeuge, Konfigurationseditor, mache einen Doppelklick auf Desktop, einen Doppelklick auf GNOME, einen Klick auf Interface und hierzu gibt es die Schlüssel Cursor Blink und Cursor Blink Time. Nehme ich hier das Hähnchen weg, blinkt der Cursor gar nicht mehr und für die Blinkfrequenz setze ich hier einen neuen Wert.